Was euch die Schule verschweigt? Flashback 1 Hi Leute! Bestimmt habt ihr von der SpaceX Demo-2-Mission gehört, die am 30. Mai 2020 startete. SpaceX und NASA haben in dieser Mission gemeinsam zusammengearbeitet. Zwei Astronauten wurden zur Internationalen Raumstation ISS befördert. Vielleicht habt ihr auch den Livestream dazu mitverfolgt oder bereits einige Videos im Internet dazu gesehen. Was euch die Schule allerdings verschweigt ist, dass es während des Raumflugs einige unbekannte Flugobjekte, also UFOs, zu sehen gab. Schon kurz nach dem Start der Falcon 9-Rakete tauchten die ersten Objekte auf. Ihr denkt, das war nur eine Kleinigkeit und möglicherweise nur Weltraummüll? Falsch! Denn seht, was jetzt kommt. Was sagt ihr dazu? Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns doch ein Like oder einen Kommentar. Abonniert unseren Kanal für weitere interessante Themen und klickt auf die Glocke, wenn ihr über unsere neuesten Veröffentlichungen informiert werden wollt. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, was euch die Schule verschweigt.